Heyo Leute, CrimeX hier, was geht denn mit Paul Berger? Wir werden heute Find the Button in Minecraft spielen, also finde den Knopf, Alphastein, wir sind hier eingesperrt. Ah, Crime, ich will so den Knopf, wo ist der Knopf? Ich hab keine Ahnung, Leute, wir müssen jetzt hier immer in verschiedenen Räumen den Knopf finden, um weiterzukommen, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, vielleicht habt ihr ja eine Idee, hier sind auf jeden Fall ein paar Knöpfe, was steht da? You might need to use other buttons or lever to help. Was bedeutet das? Das ist Englisch, oder? Keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Da steht, man muss vielleicht andere Knöpfe benutzen. Map Crate. Guck mal, hier steht das Spiel nicht. Ich hab's gefunden, Max. Was, was, was hast du gedrückt? Guck mal, ich hab da oben was freigemacht, da ist jetzt ein Knopf oben. Man hört hier eine Pisten. Wie? Ja, ich hab da... Ach da, ich versuch da drauf zu drücken. Ja, wow, hey, wir wurden weg. Da wird man wegteleportiert, komm her, Alphastein. Ich hab's geschafft, ja, wir haben den ersten Knopf gefunden. Oha, nice, Leute. Okay, also jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Man muss immer einen geheimen Knopf finden und darauf erstmal eine Paul-Berger-Limo, Leute. Jetzt werden wir's schaffen. Okay, warte mal. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Knopf. Da steht Hint, also Hinweis. Ich brauche einen Hinweis. Hä? Da ist gar nichts passiert. Guck mal, geht's runter. Äh? Tess, du mal. Ich geh mal hier ins Haus rein. Ist hier auch was? Nee, hier im Haus ist nix. Und hier geht's auch nochmal runter. Hä? Was ist das denn, Leute? Ich hab einen gefunden, ich hab einen gefunden, einen Knopf. Warte mal, mach nochmal. Jetzt ist gerade was bewegt. Worauf sich was bewegt? Ah, hier im Haus, hier im Haus. Drück nochmal. Jetzt? Und jetzt ist hier nochmal ein Knopf. Und da geht's weiter. Hä? Warte auf mich. Ja, alles gut. Alles gut, Alfie. Du musst da im Haus. Oha, Leute. Und schon sind wir im zweiten Level. Alien-Planet. Das soll hier ein Alien-Planet sein. Okay. Das sieht nicht so aus, finde ich. Warte mal. Ich glaube, man muss hier das Jump and Run erstmal machen. Hier ist eine Enderkiste. Guck mal. Darunter könnte was sein. Äh. Da ist aber auf jeden Fall nix drin. Du hießt da drunter einen Knopf verstecken. Guck genau hin. Nein, da ist nix. Ich geh mal hoch. Warte. Ich mach hier das Jump and Run, Leute. Bleib du einfach da, Alfie. Ich mach hier das Jump and Run. Du hießt da drunter aus ne Kiste. Oha, ey, Alfie. Alfie, warte mal. Ich glaube, hier ist auch ein Knopf. Hier ist was. Warte, wie? Ich kann da... Ich hab was gedrückt. Ich bin weiter. Ich bin jetzt schon Level 3. Du musst das Jump and Run machen. Anders da geht's nicht. Oha. Okay. Hier Level 3. Don't get Frostbite. Pass auf. Jetzt sind wir hier im Frost-Level. Weil hier sind irgendwie... Wer lassen? Wer lassen? Guck mal. Ey, man muss hier voll aufpassen. Sie sind Polarbären, Leute. Ich hab's jetzt in Minecraft so, dann ähm... Ah! Oh Gott, Alfie! Lass, Alfie, Ruhe! Oh! Achtung, jetzt greift der Wichert. Ich brauch Hilfe. Oh! Oh, Max! Gewehrle! Alter! Ey, nein! Oh Gott, Leute. Wir werden hier vor den Bären aufgefressen. Oh Gott. Bro, wie viele halten die aus? Der geht gar nicht down. Du schaust dich an, nicht an. Die sind richtig stark. Oh mein Gott, ich hab ihn erledigt. Stark. Komm, den anderen, den klappen wir auch noch. Äh, das ist dein Problem. Ey, helf doch, Junge. Ich muss dir den Knopf finden. Ich muss dir abhauen. Diga. Ey, machst du jetzt hier den Ehrenlosen? Ich helfe dir und du hilfst dich mal, oder was? Ich helfe dir hier. So, zack, wichtig. Jetzt haben wir Fischis. Boah, hinter dem Feuer hier könnte was sein, oder? Ja, da könnte man was verstecken. Du musst immer rumklicken, immer rechtsklick drücken, aber ich find nix. Guck mal, hier unten sind auch krasse versteckte. Da ist auch nochmal so ein kleines Loch hier. Da könnte man eventuell auch was verstecken. Okay, also Leute, ihr merkt schon, das Level wird, also das wird immer schwieriger, umso weiter man ist hier. Ja, das sieht auch irgendwie verdächtig aus hier. Ist mir auch aufgefallen. Warte mal, da ist auch was drunter. Da ist auch was drunter. Ich guck mal hier oben auf dem E-Clou drauf. Da ist aber auch nix. Hä? Leute, habt ihr hier irgendwo einen versteckten Knopf gesehen? Ich hab noch keinen gesehen. So viel gut eins zu finden. Äh, okay, okay. Immer rechtsklick drücken. Jaja, ich drück immer rechtsklick, aber irgendwie, ich seh hier nichts. Also bei dem, also ich hätte jetzt echt gedacht, dass man hier irgendwas mit dem Feuer machen muss, aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich zu auffällig. Ey Leute, das wird voll schwer jetzt hier, hä? Frisch schwer geworden ist Level. Die anderen Level waren voll einfach. Ich dachte schon, das ist viel zu einfach hier für uns, aber... Hä? Warte mal da. Nein. Vielleicht sieht man das auch nur aus einem bestimmten Winkel, diese kleinen Schlitze hier. Die muss man mal genau abchecken. Aber da seh ich auch nichts. Leute, habt ihr bis jetzt hier schon was gesehen? Dann schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hä? Äh... Können wir den mal drücken? Ja, ich glaub, wir brauchen den. Wir sind so schlecht. Okay, der Hinweisknopf ist aktiviert. Äh... Da steht, verbrenn deine Finger nicht am Feuer. Äh, okay, okay, warte. Dann muss es wirklich was mit dem Feuer zu tun haben. Aber ich drück doch hier überall hin. Hä? Man sieht da ja auch nichts. Ich guck hier nochmal genau. Ich guck hier nochmal genau. Warte mal. Ich hab einen Fisch reingeworfen. Ne, das bringt nichts. Ich hab gehofft, dass da vielleicht irgendwo eine Druckplatte oder sowas ist. Äh, aber ey, wenn der Hinweis schon sagt, verbrenn deine Finger nicht am Feuer, dann muss es doch irgendwas mit dem Feuer zu tun haben. Ey, Alpha, wir sind zu schlecht hier. Wir sind voll los. Wie geht das? Keine Ahnung. Ey, das macht doch alles keinen Sinn, Junge. Also, ich sag ehrlich, Alfie, das muss irgendwas mit dem Feuer zu tun haben. Anders, da geht's nicht. 100 Prozent. Ups. Jetzt ist das Feuer aus. Da hinten hat der Knopf. Ah! Hä? Siehst du da einen Knopf? Ich seh da keinen Knopf. Ah, doch. Sieh da vorne. Alter. Ja, wow. Wow, let's go. Okay, das war ein schweres Level. Level 4, Under the Sea. Okay, wir sind jetzt im Ozean, unter, unter dem Meer hier quasi. Okay, Leute. So, dann lass mal gucken, wo hier wieder der versteckte Knopf ist. Das ist jetzt hier das Meereslevel. Ich glaube, ich hab hier schon was gefunden, Alfie. Hier geht's nämlich runter. Hier kann man nämlich runtergehen. Zack, ganz easy. Du willst was aktivieren. Ganz easy das Level hier. Ja, safe kann ich hier was aktivieren. Aber hier, das sieht auch alles ganz verwinkelt aus. Ich glaube fast, ich brauch hier unten mal deine Hilfe, Alfie. Da. Oh, oh, da ist. Wow, wo soll das denn hier sein? Siehst du hier irgendwas? Das ist total dunkel hier, diese Ecken. Echt gemein gemacht. Das ist richtig gemein gemacht, Leute. Das ist hier echt ein schweres Rätsel für uns. Ich versuche hier überall durchzuklicken. Aber hier unten muss irgendwas hundertprozentig sein. Ja, oh mein Gott, ich hab eine Kiste. Hä? Wo? Ich hab eine Kiste mit Helmen. Warte mal, kann ich dir geben? Guck mal hier. Drei Helme. Chain Helmet. Wo ist denn eine Kiste? Da hinten, da war eine Kiste, als ich da hingeklickt hab. Oh, okay. Das ist so krass. Das muss ich mir von meintens merken. Das ist ein richtig krasse Verstecker. Aber, was können wir denn jetzt mit diesen Helmen machen? Wie sollen die Helme uns denn dabei helfen? Warte mal. Warte mal. Guck mal, was die für eine Verzauberung haben. Aqua Affinity Death Strider. Ich geh unendlich unter Wasser atmen. Ja, ja, damit haben wir Unterwasser Atmung. Okay, das heißt safe. Irgendwas müssen wir unter Wasser machen. Guck mal jetzt auf einmal überall in Wasser. Ja, warte. Okay, dafür brauchen wir den Helm. Okay, jetzt wird's schwer. Hier ist noch eine Kiste. Ich hab noch eine Kiste. Okay, nice. Was hast du da? Das steht nicht hier. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Guck mal, jetzt hier auch noch ein Schild erschienen. Das war davor auch noch nicht. Ah, nee, das war davor schon. Level 4. Warte mal, vielleicht müssen wir hier hoch schwimmen jetzt. Schwimm mal hoch. Da ist ein Jump'n'Run, aber wir kommen wieder hoch. Das ist eine gute Frage. Wie kommen wir an das Jump'n'Run hier dran? Hm, okay. Alter, Leute, die Level. Ich dachte anfangs, das wäre voll leicht, aber irgendwie, das ist überhaupt nicht leicht. Hier könnte ein Wasser versteckt sein. Hier. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Hier in diesen Dingern. Da müssen wir erstmal schön hier alles anklicken. Da könnte überall irgendwie ein Knopf, eine Kiste oder sonst was sein. Ich sehe da gar nichts. Ich gucke hier alle. Oh Gott, hier gibt es auf jeden Fall ein paar von diesen Fenstern. Nein, da ist auch nichts. Was ist da hinten? Ja, ich habe einen Knopf gedrückt. Ich habe was gedrückt. Wow, das Wasser steigt höher. Wuhu. Let's go. Oh my God. Okay, stark. Also, Leute, hier sieht schon die... Ah, ey, du Ekliger. Die Knöpfe sind übelst versteckt. Ich habe das Level selbst. Ey. Ja, komm doch. Komm doch. Richtig, Kleine. Ich will das Level vor dir schaffen. Rauf. Rauf, Mann. Ey, du kleiner Ekliger. Du kleiner. Das Nix-Level ist richtig krass. Du kleiner Ekliger. Wow. Du wüsstest, was hier passiert. So, und ich bin auch da. Level 5. Parcours-Master. Oh Gott. Oh Gott, hier ist ein krasser Parcours. Was steht hier noch? Spawn Point. Okay, okay. Let's go. Ey, das ist doch voll einfach. Man muss hier einfach nur hochlaufen. Und dann wird man hier so hochgeboostet. Wuhu. Oh, du bist einfach zu schlecht. Deswegen kapierst du das nicht, Alfie. Ich würde keinen Unsinn. Ich bin gleich bei dir und dann wirst du es sehen. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Ah, ey. Ey, Junge, jetzt bin ich wieder unten wegen dir. Warte, das gibt Rache, Junge. Das gibt Rache. Das scharf, mein Kraming. Oh Gott, nein. Oh, ey, Mann. Das gibt's doch nicht. Guck mal. Hä, was hast du denn da? Hä? Ich weiß nicht. Da ist nochmal so ein Knopf. Hä? Warte mal. Ich drück mal den anderen Knopf da drüben. Äh, jopp. Zack. Ich glaub, ich hab irgendwas aktiviert. Ja, Bro. Guck mal, hier der Knopf. Ich hab ihn gedrückt. Wow, guck mal. Äh. Jetzt hab ich die Asensprungverzauberung. Aber das Problem ist, man kriegt Fallschaden. Äh. Das heißt, ich hab jetzt nur einen Try. Man hat an sich nur einen Try. Wir haben da... Was da? Äh. Hörst du weg. Äh. Oh mein Gott. Hab's gedrückt? Ja, ich bin nächstes Level. Wuhu. So. Ghost. Ich bin schon, ja. Ghost Walker Level. Level 6. Okay. Let's go. Hä? Ja, fast geschafft. Was? Du warst ja voll gut. Aber schau mal, hier geht auch noch eine Treppe runter. Hä? Ach so. Ach so, da kommt man wieder rein. Ja. Ah nein. Ey. Hä? Was hat einfach der denn für ein Glück? Er findet direkt den richtigen Weg. Äh, du kannst dir nichts falsch machen, Max. Ja, doch. Ich kann was falsch machen. Einfach geradeaus, hast du gesagt. Ey, warte. Ey, 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 ey. Ey, du kleiner Ekling. Ey, ey, ey. Du wirst uns nie mehr geschaffen, ey. Dirk. Du musst einfach gucken. Du kannst gucken, wo die Blöcke sind. Ja, wie kann man das denn gucken? Du guckst, du siehst die Ränder. Hä? Also, ich sehe da keine Ränder, Leute. Ich weiß nicht, was Alphastein da sieht. Hier einen Block, hier sehe ich einen. Aber warte mal, guck mal. Trick 17. Einfach sneaken, da kann man ja nicht runterfallen. Hier ist ein Block. Also, ey, bei mir sehe ich das nicht eingezeichnet. Ehrlich nicht. Sehr gut. Ist egal. Ich habe es auch so geschafft. Zack. Oh, oh. Das wird schwer. Zack. So. Oh, 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 oh. Hi, hi, hi. Tschüss. Ey, Bro, warum sehe ich denn bei mir die Blöcke nicht? Das ist voll unfair hier, das Level. Ich glaube, ich habe irgendwas nicht aktiviert. Egal. Ich habe sie gewinnen können. War das irgendwie hier rechts gewesen? Ach man, er hat aber einen Block. Okay, Alfie, komm, du musst mir jetzt mal helfen. Ich sehe hier die Ränder nicht. Genau. Vorne, genau so habe ich hin. Ja, so weit komme ich doch gar nicht. Da muss noch irgendwas davor geben. Da muss noch irgendein Level davor sein. Hier. Dann hier. Dann da. Ach, warte, 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 warte. Ey, Mann. Das ist so schwer, wenn man nichts selbst sieht. Okay. Hier, hier, hier. Also, ist da ein Block noch? Äh, warte. Ja, hier ist einer. Sehr gut, dann hier. Okay. Aber warte, jetzt hier. Jetzt kann ich hier gerade wieder nicht weiterlaufen. In welche Richtung muss ich hin? Oh mein Gott. Guter Tipp. Nein. Ach, ey, Mann. Das gibt's doch nicht. Leute, ich bin zu schlecht für dieses Level. Ey, das ist aber auch so schwer, wenn man nicht die um, äh, Ding sieht. Das ist unfair. In die Mitte, dann da und dann da. Oh, Alphastein hackt hier. Alphastein ist ein Hacker. So ein Ding ist das. Ey, sei bloß leise, Junge. So. Jetzt zum Buch, du schaust das Körper nicht. Ja. Perfekt, perfekt. Also, Dinger. Alter. Alter. Warte mal. Hier, mach mir einfach einen Weg hier durch. So, Ende. Ey, du Cheater. Tschüss. Ich auch. So, zack. Ist mir doch egal, Junge. Ich will hier einfach nur rauskommen aus den Leveln. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott, bin ich schlecht. Ich werde dich nie wieder nach vorne lassen. Oh Gott, bin ich schlecht, Leute. Ich bin hier runtergefallen. Ich hab Karma gekriegt. Ich werde dich holen, mein Crymax. Ich hab Karma gekriegt. Ich werde dich noch besiegen. Ja, ja. Wir werden sehen. Ich dachte, das ist hier ein Teamplay. Hä? Ich dachte schon, ob ich hier zu dumm bin, aber da ist irgendwie eine Wand. Lol. Okay, das heißt, man kann da nur an einer gewissen Stelle rüber. Ja, das müsste man halt jetzt auch. Ja, toll. Und ich sehe halt nicht, wo die unsichtbare Wand nicht ist. Sehr gut. Sehr gut, hä? Sehr gut, hä? Nein, da ist aber überall eine Wand. Hä? Leute, wie soll das? Warte mal, vielleicht müssen wir erst irgendeinen Knopf woanders drücken. Oh, hier ist einer. Ja! Oh, nice, nice, nice. Hä? Wo? Ach, ey, wir sind so lost. Wir sind so lost. Level 7. Okay, wir sind im Nether-Level und hier gibt's Schuhe. Okay. Im Nese. Ich hab Schuhe. Fire Protection-Schuhe. Hier kann man wieder einen Spawn-Point setzen. Okay, Leute. Ich muss das ganze Zeit sneaken. Nein, ich muss überhaupt nicht sneaken. Ich renne hier einfach rüber. Ist kein Problem für mich. So. Soll denn hier ein Knopf sein? In der Lava überall drin rechts klicken. Oh, das wird schwierig. Oh, das wird ein ekliges Level. Das ist echt schwer, sag ich ehrlich. Okay, ja, überall rechts klicken in die Lava rein. Nö. Irgend, da ist safe, was in der Lava drin versteckt. Könnte aber auch irgendwo unter uns in der Lava. Ey, Bro, das ist ja richtig schwer. Guckt euch mal den Bummi an, Leute. Könnte halt wirklich überall sein. Ich würde den Knopf niemals... Ah, warum? Einfach so. Ah, ha, ha, ha. So. Okay, jetzt brauchen wir... Das sind jetzt unsere letzten Schuhe. Jetzt müssen wir aufpassen. Das sind jetzt unsere letzten Schuhe hier. Knopf, was du hier machst, ist, du hast es mit dir einfach kleinen Fritz zu tun. Okay. Warte mal, kann man da irgendwo... Hier hinten? Hast du mal hier hinten... Nee. Warte mal, das sieht irgendwie komisch hier aus. Nee. Auch nicht. Irgendwo muss hier wieder der Knopf versteckt sein. Man kann doch kurz in die Lava reingehen. Boah, boah, boah. Oh, oh, oh. Ich will nicht... Aber warte mal, ich glaube, ich mache echt mal meine Schuhe kurz weg und werde in die Lava reinlaufen. Oder so. So, dann verlieren wir nämlich unsere Schuhe nicht. Und dann mache ich jetzt hier einfach quasi einmal, wir opfern uns, um überall mal reinzugucken. Ja, oh mein Gott, ich habe einen Hebel umgelegt. In dem Ding ist ein Hebel drin. Okay. Guck du mal, ob sich irgendwo was verändert hat jetzt. Ich weiß nur nicht... Guck mal. Ich weiß jetzt nur nicht, wie der Hebel richtig rumgelegt ist. Hier ist es aufgegangen, oder? Ja, das ist Knopf, das ist Knopf. Oh, stark, 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 stark. In der Lava drin, oder was? Nee. Ey, ohne mich hättest du das nicht mal gefunden, Junge. Ich habe mich dann wieder reingeschafft. Ach, der. Wo ist der Knopf? Ja, gute Frage, Max. Ey, gönn doch, ohne mich wärst du nicht mal so weit. Du hast mich immer auch hier hintergegangen. Jetzt mache ich es gleich mit dir. Ey, du kleiner Ekliger. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, wo der Knopf ist. Irgendwo in dem nächsten Festungsding. Ja, das weiß ich auch. In der Ecke. Ist ein Block auf. Ey, Bro, wo soll das denn hier sein? Ich drehe... Ah, oh mein Gott. Okay, wir wurden teleportiert. Okay, Level 8. Ja, ist du. Level 8, Leute. End of the road. Okay. So, also Alphastein, unsere. Wir sind jetzt keine Teamspieler mehr. Das war es letztes Mal. Wenn ich wieder einen Hinweis habe, ich werde es dir nicht sagen. Ich dachte immer, wir machen Teamplay, aber... Ich habe hier nie wieder... Weg da. Oh, oh. Sehr interessant hier. Sehr gute Versteck. Sehr, sehr gute hier. Aber ich sehe jetzt hier gerade nichts Verdächtiges. Boah, schwierig, schwierig, schwierig hier. Hier ist ein sehr guter Versteck. Sehr guter. Die Level werden echt immer krasser, Leute. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so Jump'n'Run-mäßig hier an der Seite mit den Stäben. Komm da rein. Ja, stimmt. Okay. Also ich sage dir ehrlich, Alpha, wenn ich es weiß, ich werde es dir nicht sagen. Ich dir auch nicht. Okay. Es beendet jetzt. Ja, das ist jetzt hier Schluss. Wir sind keine Freunde mehr. Alter, du hast mich doch gerade hintergangen. Du hast angefangen. Gar nicht. Du hast mich runtergeschubst. Du hast mich beeindruckt. Hey, wo? Oh. Wo bist du? Aber was passiert jetzt? Was passiert? Ich habe einen Knopf gedrückt. Was ist aber passiert jetzt? Es muss irgendwas jetzt hier frei geworden sein. Ich werde gewinnen. Aufstehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass du das jetzt wieder zugemacht hast, weil du jetzt wieder drauf gedrückt hast. Wenn ihr auf jeden Fall ein Minecraft-Spiel baut, versteckt euer Versteck auch so. Naja, das findet garantiert niemand. Dieses Versteck findet garantiert niemand. Oh, oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Na, geh weg. Ey. Ey. Was hast du denn da Schönes? Weg da. Du gehst jetzt mal weg. Was ist denn da? Das ist bestimmt was. Was sehe ich da? Ich glaube, man sieht da was. Ja, ja, ja. Nächstes Level. Ey. Ha, 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 ha. Woo. Oh, ich sehe da nichts. Okay, tschüss. Viel Spaß. Du bleibst in deinem Level. Ich muss hier weiter machen. Hey, wo ist der Knopf? So, oh mein Gott. Das ist schwierig. Das ist nach dem Game, my Crymax. Geh zu den Schafen. Geh zu deinen Freunden. Ja, ich gehe hier gern rein. Ich glaube, irgendwas ist hier safe bei den Schafen versteckt, sodass man das nicht sieht auf den ersten Blick. Komm schon. Ja, da ist ein Knopf. Ah, das sind mehrere Knöpfe. Ah, es sind überall welche. Oh mein Gott, das sind Prankknöpfe. Was ist denn? Das sind Prankknöpfe. Wir machen so laut, meh. Ich meine, muh. Oh, ich sehe da oben einen Knopf. Aber wie kommt man da zu diesem Jump'n'Run hoch? Das ist die Frage, Crymax. Ah. Bro, wir kriegen doch Wolle, wenn wir die Schafe killen. Aber darf man die Wolle benutzen, ist die Frage. Ja, klar. Bist du dir sicher? Ja. Guck, hier, komm mit. Ah ne, man kann nichts blazen. Man kann nichts blazen. Okay, okay. Okay, mein Plan geht doch nicht auf. Also ihr, das Problem ist, man kommt hier nirgendwo auf diese Jump'n'Run-Position, ja. Und dann kommt ihr. Hä? Hier. Hä? Der war ja auch gerade eben noch nicht da hier, oder? Oder habe ich den nur nicht gesehen? Wie schlecht. Ich weiß nicht. Hä? Hau ab! Hau du ab von mir! Geh mir ab! Grüße dich hin! Ah! Ja, ey! Lass mich jetzt! Du weißt, ähm, ich hab den letzten Videos nie gewonnen, deswegen lass mich jetzt mal. Ey! Digga, so. Du hast nur Auge. Na klar mach ich Auge, Junge. Tschüss! Ja, ho! Ey, Bro, ich komm da nicht hoch. Ich bin dumm. Let's go Speedrun! Nein. Ja, vorbein! Nein! Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Wo ist der? Tja, das wüsstest du jetzt gerne. Ach, Bro, ich bin aber auch so schlecht hier. Ja, ich muss den Seelsprung schaffen. Ey, ich bin aber auch so schlecht, Leute, in dem Jump'n'Run hier. Hier lang, hier lang. Ja, 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 ja. Ich werd gewinnen in den Night-Crimex. Niemals! Ich bin schon fast oben! Hör weg! Fall runter! Wo ist der Knopf? Ich hab ihn! Ah, nein, er hat ihn. Nein, das nächste Level ist ja voll schwer. Ey, Leute, Alfie ist schon im nächsten Level. Das geht's doch nicht. Was ist das denn hier? So, jetzt sind wir hier. Wo soll denn hier ein Knopf sein? Ich geb auf. Ach, du heilige. Bro, ich weiß gar nicht mal, auf welche Blöcke du hier gesprungen bist als nächstes. Auf die Glowstones musst du springen. Ah, okay, 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 okay. Dann hoch da, die Leiter hoch. Oh, das sind aber sehr weite Chumps. Sehr weite. Oh, Bro, ich bin runtergefallen. Perfekt. Oh, Mann, ey! Alter, Leute, ich glaub, ich kann gar nicht so weit springen in Minecraft. Ah, Mann, wieder runtergefallen. Okay, jetzt nur noch hier rüber. Dann hier rüber. Und hier rüber. Okay, Alfie, ich komm jetzt zu dir. Weg! Zack, oh mein Gott, das finale Level. Level 10 Villager-Fun. Oh mein Gott. Okay, wo soll hier der Knopf versteckt sein? Ey, das ist echt ein richtig schweres Level. Das ist echt ein richtig schweres Level. Nein, 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 das muss irgendwie gehen. Nein. Doch, doch, doch. Chill, Bro, chill, chill, chill. Das geht nicht, Highcrime, man. Das ist schon echt ein sehr, das ist halt ein Riesen-Map hier, ne? Das könnte halt hier wirklich gefühlt überall sein. Hast du dich schon ein bisschen umgeguckt hier? Ja, ich suche schon die ganze Zeit. Wirklich unmöglich. Ist unmöglich. Nein, 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 das... Guck mal hier. Nein, ich geb auf. Hä, Bro, guck mal, du kannst doch hier in den Brunnen rein. Back up, go, no. Oh, Troll, oh, nein, das ist Troll. Oh mein Gott, wir wurden getrollt, das ist nicht... Man, ey, okay, ich dachte schon, wir hätten die Lösung. Ich dachte schon, es wäre einfach. Ich geb auf. Okay, wenn du aufgibst, habe ich gewonnen. Nein. Ja, doch. Wer aufgibt, hat verloren. Ich würde weiter kämpfen. Nur, dich fertig zu machen. Ich dachte gerade schon, ich hätte irgendwas ausgelöst, aber das waren nur diese Druckplatte bei den Tischen. Oh mein Gott, Leute. Was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen wir? Wo soll hier der Knopf bitte sein? Wir können uns einen Tipp holen. Ja, ich glaube, wir brauchen den Tipp. Aktiviert ihn mal. Ich aktiviere den Tipp. Und, was ist der Tipp? Keine Ahnung, ich aktiviere ihn gleich. Und der Tipp ist... Your prayers can be answered when you close the door in peace. Ja, hä, man muss in der Kirche die Tür zu machen. Das heißt, wir müssen in die Kirche gehen. Ja, your prayers... Hä? Ich weiß, wo die ist. Ich bin doch schon drin. Aber ich sehe hier nichts. Ich sehe auch nichts, Max. Ich sehe auch nichts. Hä? Bro, 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 Bro. Da wurde gerade irgendeine Druckplatte. Was hast du gemacht? Ich sehe gar nichts, Max. Hä? Irgendwas hast du hier gerade gemacht. Irgendwas wurde aktiviert, aber was? Was ist die Frage? Vielleicht jetzt nie. Hier unten ist auch nichts. Hä? Ich habe noch nie... Wo hast du gerade diese Druckplatte aktiviert? Da drinnen war ein Knopf. Die haben gedrückt. Aber jetzt ist es schon zu spät. War das da in der Kirche oder was, der Knopf? Hier an der Tür direkt. Ah, lol. Okay. Aber wo wurde was aktiviert? Ey, Bro, hier muss auf jeden Fall irgendwo was passiert sein. Ja, hier in der Nähe. Guck. Das muss ja nicht hier in der Nähe sein. Ist ja egal. Das kann ja überall sein. Irgendwo muss jetzt hier was ausgelöst worden sein. Guck nochmal alles an. Alle Felder. Überall vielleicht im Wasser oder so. Das könnte sein. Das könnte... Vielleicht ist da irgendwo noch ein Block jetzt weggegangen. Ich weiß nicht. Bro, ich habe hier was. Ich habe hier was. Das war davor noch nicht gewesen. Hä? Weiter! Hier ist ein Knopf. Aktiviert. Ah! Rein! Hey, entspann dich mal, Alfie. Tipp. Was steht der Tipp? Was steht da? Weiß nicht. Doch, ich habe doch gerade Tipp aktiviert. Sag doch mal. Ich habe Chat aus. Hallo. Du hast zu viel Zeit verbracht im Garten. Wasch deine Hände. Hände waschen? Waschbecken! Ah, im Waschbecken drin. Hä? Leute, wo soll das sein? Der einzige Knopf ist da bei der Badewanne. Was hast du gemacht? Ey, wir werden hier so geprankt, Junge. Wir werden hier so geprankt. Das ist richtig krank schwer hier. Ich weiß auch selbst echt nicht, was wir noch machen sollen. Es muss doch irgendwas mit dem Waschbecken zu tun haben. Was war das? Ich habe meinen Boden. Hä? Nee. Warum ist hier so ein Loch eigentlich? Hat es was damit zu tun? Geh mal weg da. Geh mal weg. Nein, mach doch. Hä? 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 Ich habe was gedrückt. Hä? Hä? Komm schon! Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Wo ist es? Alle Knöpfe, alle Knöpfe drücken. Alle Knöpfe drücken. Gut gewinnen! TV ist on, TV, TV ist on. Fernseh ist an. Gut verträgt. Fernseh ist an. Ja! Ja! Nein! Ja! Ey, nein, Leute. Okay, Alvastein hat das hier vorher beendet. Aber wir haben es geschafft, Leute. Feinde-Button. Das war es gewesen. Lasst ein Like und Abo da. Bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax. Ja! Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye. 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 Bye.